Ah, Hallöchen liebe Shisha-Freunde, wir beitern heute mal wieder eine neue Molasse auf meinem Kanal. Und zwar heute eine Chill Shisha mit dem Kass-Aupu und einem Kamin-Kopf, also Kamin-Häubchen. Genau, wir haben heute eine neue Molasse für euch auf meinem Kanal und zwar mal wieder PX1, ne, kennen wir mittlerweile. Müscht man an das Ganze mit Rottabak, 9,49 Euro, kostet eine 100ml Flasche mit 25g Rottabak, der kostet 4,40 Euro. Zum Beispiel Nubia Superdry, kommt man denn, also kann man das zusammen mischen. Und wir haben heute den Red Berry Ice, das sehen wir hier drauf, einmal eine Himbeere, eine Kasisbeere, also Schwarzbeer-Hannisbeeren, einen Sternenies und Eis, also Menthol. Genau, schauen wir mal, was hier so drin ist. Im ersten Moment dachte ich, okay, das ist ja wieder das eine Liquid für die EZ, Red Estera, oder wie sich das Ganze nennt. Aber schauen wir mal, ob es so ist. Also vom Schnitt muss ich euch das Ganze nicht zeigen, auch nicht von der Feuchtigkeit, das Ganze mischt man ja wie gesagt selber an, dass man ja selbst überlassen, welchen Tag man nimmt. Schauen wir nochmal, wie das Ganze riecht. Und das Ganze riecht schon mal nicht nach der Himbeere, die ich geil finde, das kann ich schon mal gleich vorweg sagen, diese Joghurthimbeere. Ich weiß nicht, ob ihr darauf aussteht, aber ich finde diese einfach abnormal geil, das kann ich nur bei jedem Himbeertabak sagen. Man riecht eine schöne dunkle Johannisbeere, schön fruchtig das Ganze, also wäre jetzt schon mal so ein krass fruchtiger Tabak. Also er bringt so eine richtig geile fruchtige Note rüber, diese Himbeere und diese Johannisbeere. Menthol kommt eher in eine Art Frische rüber. Und dieser Sternanis, den merke ich fast gar nicht. Sternanis soll ein bisschen leichter sein, anstatt als normaler Anis. Ist jetzt keine Anisnote drin, so. Ja, seit man jetzt schon im Geruch gehabt hat, also keine so starke Anisnote. Aber riecht auf jeden Fall schön nach dunklen Johannisbeeren, das ist schon mal richtig gut. Schauen wir doch mal, wie das Ganze schmeckt. Ob es dort auch so gut schmeckt, nach schwarzen Johannisbeeren. Ich habe mir vor dem Video mal die Beschreibung durchgelesen vom PX1, also von der Molasse. Da soll nur ein Hauch Kühle drin sein, beziehungsweise eine leichte Kühle und einen Hauch Anis. Kühle, finde ich, hat man fast gar nicht, also fast gar keine Menthol. Ich bin mittlerweile anderes gewohnt, Hardcore Zitrone, Eis und Hardcore Zitronen, äh, Hardcore Traube, Minze. Und mir wirklich den Rest gegeben. Jetzt weiß ich, was PX1 für eine Eisnote kann. Hier, finde ich, ist es fast gar nicht so stark, also fast gar nicht so. Man hat so eine leichte Frische, kommt so mit. Aber sonst eigentlich gar nicht so eine starke Mentholnote. Ich muss auch sagen, ich habe vor dem Video, erst mal Grüße an Shisha Du, ich hatte mir von denen das Video vorher angeguckt, weil ich hatte die Kohlen draufgelegt und den angezogen und das hat rumgezickt wie Sau. Es hat wie verbrannt geschmeckt, es hat einfach gedrückt im Hals, es ging wirklich gar nicht klar. Also ich konnte nicht länger als eine Sekunde ziehen und ich musste anfangen zu husten. Die hatten gesagt, dass die Aromen ein bisschen rumgezickt haben bei denen auch, beim Anrauchen so, bei den ersten 5 Minuten. Das hatte ich genauso gehabt, jetzt nach 5 Minuten so, nach 5 bis 10 Minuten geht das auf jeden Fall klar so. Also jetzt kann man auf jeden Fall auch, also falls ihr damit Probleme habt, dass er am Anfang rumzickt, der wird mit der Zeit so. Lass den kurz stehen, der kommt dann. Ich weiß nicht, was das ist so, ob PX1 da Bescheid weiß, aber irgendwie haben wir am Anfang, es hat so wie verbrannt, wie total zerkratzt. Ich hatte dann eine Kohle runtergenommen, nur mit zwei angeraucht, so ging dann irgendwann klar so und dann jetzt die dritte wieder rauf, alle drei so fast am Rand. Und jetzt geht es auf jeden Fall klar, nur falls das bei euch auch ein bisschen rumzickt. Aber vom Geschmack hast du einen sehr, sehr schönen fruchtigen Tabak. Du hast eine sehr, sehr schöne schwarze Johannisbeere, die auch wirklich richtig gut rüberkommt. Und dazu kommt halt diese leicht süße Himbeere. Sie geht halt nicht in diese Himbeerrichtung, also diese Joghurtrichtung meine ich, wie so eine Joghurthimbeere, die ich mega feiere. Geht sie leider nicht, aber man glaube, ich würde einfach diese schwarze Johannisbeere untergehen und ich würde mich hier voll auf diese Himbeere stürzen, weil, wie gesagt, ich feiere das. Aber diese, es ist ein schön fruchtiger Johannisbeer-Himbeertabak. Also er hat, Molasse meine ich natürlich, hat auf jeden Fall so eine geile Kombi und diese dunkle Johannisbeere kommt richtig schön rüber. Richtig schön stark, fast so wie im Original so, wenn man sie isst. Also so richtig schön getrunken, es ist, äh, getrunken, so richtig schön getroffen. Es ist ein richtig, sagen wir mal, dunkler Tabak. So, man kann ihn fast als dunkel bezeichnen. Also es kommt diese richtige dunkle Note mit rüber. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben könnte im Geschmack. Es ist so, es kommt halt so ein dunkler Film mit rüber. Das kann man fast sagen, so ein dunkler Trauben, also nicht dunkler Trauben, so ein dunkler Beeren-Geschmack kommt rüber. Also du merkst es so richtig im Geschmack. Wenn du so ausatmen, hast du so einen richtigen dunklen Ton von dieser Johannisbeere. Irgendwie richtig lecker. Dieser Stern-Anis, beziehungsweise diese Anis-Note und Hauch-Anis ist jetzt hier meines Erachtens fast, nee. Also ich merke keine Anis-Note. So, die Menthol-Note fehlt mir so ein bisschen, muss ich sagen. Also du hast so einen leichten Hauch an Frische, aber diese Eis-Menthol-Note fehlt mir so ein bisschen. Und auch diese Anis-Note. Anis-Note muss ich jetzt sagen, hätte jetzt hier auch nicht unbedingt reingemusst, dass sie so ganz, ganz leicht fast nicht da ist. Finde ich auch in Ordnung. Aber, ich muss sagen, als Hardcore-Note würde der wahrscheinlich auch richtig bocken. Diese Johannisbeere- und Himbeere-Note noch ein bisschen krasser anheben, also noch einen Tick anheben so. Sie ist so schon voll gut vollmundig. Aber noch so ein bisschen anheben, diese Hardcore-Note reinhauen und das ist ein mega Ding, würde ich sagen. Also das würde mega knallen. Zwar würde es wahrscheinlich am Anfang auch wieder ein bisschen rummucken, aber das würde mega knallen. Also das würde einfach die Geschmacksexplosion, glaube ich, des Todes sein, wenn er noch eine Hardcore-Eisen-Note drin wäre. Aber so an sich ist es auch ein gut vollmundiger Tabak. Eine schöne dunkle Johannisbeere, richtig gut getroffen. Nicht zu übersüßt, nur so eine leichte Süße, aber es kommt einfach eine geile Beeren-Note rüber. Also für Beeren-Freunde auf jeden Fall zugreifen, Freunde. Also dunkle Johannisbeeren und diese Himbeere bringt einfach diesen geilen Beeren-Flavor hier mit. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also man hat so einen richtigen Beeren-Geschmack im Mund. Nicht wie ein Beeren-Fleisch so, sondern ein Beeren-Geschmack, die am Busch hängen. Ne, also auf jeden Fall, es taugt das Ganze. Wie Wettester hätte ich jetzt eher das gedacht, wie das Liquid ungefähr. Ja, da fehlt halt diese Anis-Note, da müsste die Anis-Note noch einen Ticken stärker sein so. Und auch diese Eis-Note einen Ticken stärker so. Dann kommt es in die Richtung von diesem Liquid. Wettester ist von Tea Juice, ist Liquid. Hätte ich jetzt gedacht, weil jetzt PX1 ja auch mit Liquid so macht, so hätte ich gedacht, dass da so ein bisschen angelehnt ist. Nicht so ganz, ne, da fehlt halt diese Menthol noch stärker und dieser Anis stärker. Dann, ja. Aber ansonsten ist es auch ein gutes Ding so. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also für Bären-Freunde, wie gesagt, das, was am Buschen hängt und nicht das, was der Bär isst, ne. Auf jeden Fall eine Empfehlung, Freunde. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schick links auf den Schrauben. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Ich wünsche guten Rauch, liebe Schichter-Freunde. Applaus 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 Applaus